Das ist die Musik von dem da, der da rumkreucht. Ihr seht hier diese Textur, warte, genau, da wo die Spitze des Hammers ist, da bewegt sich was. Das ist, äh, komisch. Übrigens lasse ich die Lampe mit Absicht aus. Ich will erst das aufheben. Hallo. Oh, das kann sich ja nur um Stunden handeln. Hey, ich hab dich getroffen. Was soll denn das? Ach, schnell weg. Du bist langsam. Und ich treff dich nicht. Warum treff ich dich nicht? Du bist hier im Popo versohlt von dir. Na, 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 na. Gleich hast du einen Drehwurm. Katschung! War jetzt nicht so schlimm, wie ich dachte. Wenn ich ehrlich bin. Obwohl ich immer noch irgendwas laufen höre. Ich höre immer noch Fußschritte oder was weiß ich. Aber ich lasse mich mal nicht davon beeindrucken, sondern hau hier einfach ab. Denn wir haben die Quest erledigt. Und mehr wollte ich gar nicht. Ach, guck mal. Blümchen. Blümchen. Noch mehr Blümchen? Da ist noch ein Blümchen. Blümchen. Die kommen irgendwie immer wieder. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Ich weiß es nicht. Ich genieße gerade die Aussicht ein bisschen. Rechts oder links? Rechts oder links? Hm. Ich gehe nach rechts. Und ja, das war gerade Absicht. Da-da-da-da-da-da-da. Oh. Hi. Hi, kleiner Mann. Boom. Hm. Eine Vase mit Dukaten. Ich stelle in die Abwasserkanäle auch immer Vasen hin und schmeiße Dukaten rein. Ist bestimmt ein sicheres Versteck und fällt nicht auf. Meine Spardose steht auch in den Berliner Abwasserkanälen rum. Ah, ich habe euch gefunden. Erinnert mich gerade total, also ich weiß nicht warum, aber an das Setting aus Assassin's Creed. Teil 1. So, wenn man da so reinkommt und, also nicht so ganz, aber man kommt auch so von oben rein, sieht die da alle unten stehen um diesen Schatz rum und dann ragt man total rein. Und das werde ich jetzt auch tun. Hallo. Ha. Hat Kalisto dich geschickt? Ja. Also, wo ist das Geld? Ich habe es. Gut. Jetzt gib mir das Geld und wir lassen sie gehen. Hier, nimm. Lass sie gehen. Sei gesegnet. Du hast gerettet, was noch von mir übrig ist. Von jetzt an kannst du die Gondoliere bitten, dich zu meinem Haus zu bringen. Und ja, ich sage mein Haus, obwohl mein Bruder dort noch das Sagen hat. Aber ich werde es zurückholen. Ich werde alles zurückholen und das Leben meines Bruders nehmen. Denn wegen ihm habe ich gelitten und das Leid wird er zurück erhalten. Wenn er ein letztes Mal schreibt, werde ich in meiner großen Halle den ersten Schluck Wein genießen. Du darfst mir jederzeit Gesellschaft leisten und deine wohlverdiente Belohnung abholen. Bis dahin kannst du diesen Ring haben. Du, was deine Kräfte zu schätzen bist. Leb wohl. Du hast deine Aufgabe erledigt und wir unsere. Und jetzt, lass uns in Ruhe. Geschäft ist Geschäft, richtig? Ha. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Ihr seid Assassinen. Ich greife. Kommt mal alle auf einmal, bitte. Oh, in Englassen wollte ich mich eigentlich nicht. Ach, scheiße. Okay, die Treffer machen mir gerade gar nichts. Oh, das war nett. Dankeschön. Das macht es mir wesentlich einfacher. Hier stehen nicht umsonst so viele rum, wa? Komm, einen müsste ich doch langsam mal haben. Ja, seid doch mal fertig jetzt. Dankeschön. Komm, du bist nur noch alleine. Vergiss es. Gib einfach auf. Das wäre einfacher. Schön. Einmal und zweimal. Und nochmal und nochmal. Habe ich jetzt meine tausend Gold eigentlich zurückbekommen? Ich hoffe. Oder Dukaten sind es ja. Lederrüstung, Brot. Was ist hier noch? Eine Truhe. Und wieder das Spiel. Gelb und Rot und Grün. Und Blau. Das war ja jetzt quasi im Uhrzeigersinn. Nicht nur quasi, sondern auch tatsächlich. Der Hammer. Und ich muss gleich aufhören aufzunehmen, weil meine Stoppuhr gleich, äh, oder bei meinem Handy quasi Stoppuhr. Ist gleich der Akku alle. Das wäre eine Katastrophe. Noch eine Truhe. Überraschung. Lass mich raten. Äh, gelb? Nein. Okay. Doch nicht. Blau, Rot, Grün, Blau. Das ist machbar. Immer diese Konzentrationsspielchen. Noch so spät am Tag. Oder spät am Abend. Oh, ich sollte mal die Folge freischalten, die ich währenddessen die ganze Zeit hochlade. Naja. Kann man nicht machen. Mach ich gleich. Gleich. Münze, 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 du Karten. Mach ich ja gleich. Schalte ich gleich frei. Das ist mal eine Ausnahme, dass es bei mir so spät wird. Ist ja schon fast neun jetzt. Also so spät. Da gibt's ja ganz andere Leute, die laden irgendwie immer über Nacht hoch. Ich mach das ja eigentlich schon relativ früh. Student und so. Aber heute habe ich nämlich heldenhaft die falsche Folge hochgeladen, beziehungsweise ich wollte eigentlich Venetica hochladen, habe ich stattdessen aber schlauerweise Divinity hochgeladen. Und als der Upload dann so auf 30% war, habe ich es schon gemerkt. Au, Aua. Und dich habe ich gerade auch gemerkt, aber ganz deutlich. Wow. Ach, das passiert, wenn wir sterben. Verstehe. Du hattest genügend Schattenenergie. Ah. Cool. Haha. Ist ja lustig. Ach cool, wir können dreimal sterben. Wie praktisch. Das wusste ich ja auch noch nicht. Wieder was dazu gelernt. Und die Kiste nehmen wir noch schnell mit. Ach komm schon. So. Und so. Münze, Münze. Und eine Kiste. Und ich habe gleich eine Stunde 45 aufgenommen. Rot, rot. Grün. Blau. Und mache dann ein Päuschen, weil ich möchte immer, ich möchte davon wegkommen, immer so endlos lange Aufnahmesessions zu machen. Das hat mir jetzt in Spore so ein bisschen das Genick gebrochen, weil ja doch viele Wünsche kamen, die ich jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr erfüllen kann. Weil ich eben schon so viel aufgenommen habe. Ich habe da echt, also, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich gesessen habe. Ich glaube, ich habe drei Stunden am Stück aufgenommen. Oder länger. Vier Stunden. Auf jeden Fall ziemlich viel. Und das war nicht so praktisch. Und wir haben hier unten eigentlich alles erledigt. Was mache ich hier noch? Ach, zum Ausgang gehen. Das mache ich hier. Okay. 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 Und der Ausgang wäre genau hier. Herr Nieder. Hallo, Spielabsturz. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Puh. Glück gehabt. So, denn... Wir schwimmen mal kurz mit einem Hammer auf unserem Rücken, ist klar. Schwimmen wir mal kurz unten der Plattenrüstung an. Das ist kein Problem. Wir haben es einfach drauf. Schwimmen wir mal kurz zum Gondelfuzzi und holen uns die Belohnung ab. Die es hoffentlich gibt, ohne dass ich da noch irgendwie großartig was machen muss. Ich möchte reisen. Und zwar... Ein neuer Punkt sollte hier vorhanden sein. Hier. Jasmin ist anwesend. Ich will mir nur die Belohnung abholen. Nur schnell. Jasmin? Belohnung abzuholen. Jasmin. 2000 Dukaten beträgt die Summe, die du mit meinem Freund abgesprochen hast. Nimm sie. Dankeschön. Jetzt müssen wir eigentlich ziemlich reich sein. Hä? 6700 Dukaten. Okay. Und weil es hier gerade so schön ist... Kann ich hier was klauen? Hihi. Ja, ist ja... Toll hier. Der Hammer. Das war's schon. Ich dachte, hier gibt's jetzt mehr. Okay. Weil's hier gerade so schön ist, speichere ich einfach mal ab. Kann ich mich hinsetzen? Nein, kann ich nicht. Ich speichere hier einfach mal ab. Zusammen mit euch. Was hier nicht geht, sondern hier. Spiegel speichern. Und dann sag ich mal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn's weiter geht hier mit Venetika. Bis dahin und tüüüü.